Also, nach etwa 5-10 Minuten bin ich hier wieder zurück, für diese 2 Stunden das Audio zusammen zu mischen und das Video zu legen. Das Video ist etwa mit der 20-fachen Geschwindigkeit des Videos möglich, also teilweise bis zu 30-fach, aber es ist ein Moment, bis es dann zusammengefügt ist. Aber zum Glück auch noch ein Moment und nicht eine halbe Ewigkeit. Ja, jetzt sind wir bereit zum Weiteren. Nachrichten einzuhalten. Was vorhin ging, ist, dass wir hier wieder am oben rum sind und wir haben ja in der letzten Folge die Möglichkeit bekommen, Zeit zu drehen. Oder wir sind zumindest darauf hingewiesen worden. Und, ähm, so wie jetzt die Mission ist. Genau, zwischen 0 Uhr und 6 Uhr nachts. Das heisst, wir können hier jetzt Zeit auf nach Mitternacht voranstellen. So, etwa. Okay. Oh, nein. Warte, 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 warte. Darf ich auf die Zeit? Und wir sind hinten auf den Kopf, oder? Und, jetzt sollten wir jetzt mal die H-Bär-Nen nochmal wegkommen. Ha, junger Mann. Fy mal, mein Mann. Ja, schau, nehm Mann. Ich habe mehr als eine Person contactiert. Sie kam hier als Jeanne selbst. Eine Jeanne Sie nie sehen, selbst als Honorary Knight. Was für eine Überraschung. Ich habe gehört über den Heiligen Lier, aber ich habe nie gedacht, dass es Sie war. Also kann der Heiligen Lier purifieren Storm Terror und es zurückkommen? Das ist richtig, Ihr Honorary Knight ist auf der Frontline zu versuchen, diese Storm Terror zu versuchen. Das ist die Hotshot von den Knights of Favol. Es ist wie wir die Verkaufung der Verkaufung haben, aber wir können die Barschung spielen wieder, um zu versuchen. Ich glaube Sie. Wir versuchen unsere Stubborn Kommand... Wait, was? Well? Ich kann nicht denken, warum für D'Avalin's Betrayal, given es war eine der vier Wins. Aber wenn es war, wenn es in der Barschung wurde, in der Barschung wurde über Mondstadt und dann wurde die Abyss-Mage, nachdem es aufgewachsen ist, aber als acting Grandmaster, ich kann natürlich nicht... Diplomative Druck von den Fatui macht es schwer für uns, um eine friedliche Resolution zu den Storm Terror. Das ist eine Frage, die ich an der Barschung habe. Die Menschen denken, dass ich auf die gravität der Situation verletze verletze. Das ist das, warum ich... Mhm. Das ist eine der Grund, warum ich nicht die Knights of Favol. Was mir verrückt, ist, dass Sie in einen Outlander glauben können, so einfach. Was ist denn das für uns da? Es ist wirklich gut, dass die Begründung der Begründung der Begründung des Monsterts und Schnaesnaya besteht aus der Begründung zwischen den 7 Nationen und ihren eigenen Gäste. Die Cryo-Gäste Fatui sind nach dem Animo-Gäste. Genau. Wenn die Begründung des Favonius publikamente verletzten einen Versuch auf Dvalin's Head, dann... ...die nur andere Weise, um die Animo-Gäste zu verletzten, ist es den Heiligen Geist. Die Begründung des Favonius des Monsterts und die Begründung des Monsterts und die Begründung des Monsterts. Ich habe bereits zu verletzten... ...die Begründung des Monsterts. Die Begründung des Monsterts ist nicht in der Goth Grand Hotel. Ich denke, sie wollen nicht etwas verletzten, in einem Ort, wo es so... Heimon gets it! Wenn zu viel von einer Szene wird gemacht, dann wird es ein großes Diplomatisches Problem. So ist die Diplomatie zwischen den 7 Nationen. Bist du gehört? Die Begründung des Monasters. Ich glaube, dass sie die Wahrheit verletzt werden können. Ich glaube, dass sie mit Barbados benutzen den Wind um ihn rauskriegen. Just wie Lisa tracet das... The God of Animal? Hasn't been seen for more than 10,000 years. What makes you think that's their intention? Oh. Uh. Forget it. I don't like having to pry. Here. Geh das. Was ist das? A Disguise, um deine Identität zu schützen. Lass ihn vor, bevor du in die Fatui bist. Unfortunately, sie sind noch eines von Mondstadt. At least, das ist die Facade, die wir behalten. Unsere Aktionen werden sie gewöhnt. Better, wenn du dich nicht auf eine persönliche Ebene verwendest. Was ist das, was ich? Ah, wenn du jemanden zu schüttern würde, wäre besser gewesen. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht mehr so fühle, dass ich nicht mehr so fühle. Ja, ha! Ja! Ja, ja! Uaah! Ha! Höööö, wie ist denn das? Ja! Ja, ja! Ja, ja! Ja! Ja, ja, ja! Ja, ja! Prepare to be blown away! Ja! Oh. Was ist das? 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 x-faniweller Oh Gott, das ist ja Ja, ich muss mal aufwarten Oh Gott, aber ich werde boxen Ich bin der Fall, ich bin der Fall, ich bin der Fall, ich bin der Fall. Verkleidung? Ich kriege jetzt automatisch. Hm. Mal schauen. Oh nein. Oh, was soll ich fühlen? Halt. Oh, was soll ich da? Ich muss mich probieren. Ich muss noch heute 18 sein. Ich muss noch nicht ganz anders sein. Ich dachte, es war die Abyss Order attacking. Wie Sie wissen, die Liar ist hier? Der Platz ist hier gehalten. Wenn Sie nach der Chie sind, gehen weiter in die Ruins. Aber... Ich weiß nicht, dass die Gäste es hat. Aber ich bin sicher, dass Sie die Gäste finden können. Das Gäste sieht aus. Sie sehen, dass er sich um ihn zu weh hat. Ein von den Eleven ist bereits in Mondstadt. Signora. Wenn sie sie aufhören, wird sie aufhören. Wenn das Zeit kommt... ... ... Did he say Signora? What a strange name. Who are you? How did you get in here? Never heard of that association. What are you lot doing here? That lies way too obvious. You really haven't got any- And just how do you plan- Hmm. Hmm. Okay. Okay. Sounds like a plan. Alright. You're free to go. But I don't have the key, unfortunately. He says the key isn't here. Shall we try another room? Okay. Okay. Was ist das? Da ist nichts zu tun. Da ist nichts zu tun. Was ist das? Was ist das? Ich bin der hier gut. Ah, da, da. Boom! Boog! ...seht sich so wie wir diese Runde in der Mitte reißen haben. Aber keine Kiege. Wimste noch weiter nach einer Runde. Es gibt noch einen Platz, der wir nicht versucht haben. Wahrscheinlich muss man da sein. Wer bist du? Du hast... Was? Ich bin nicht Angst von dir. Ich habe die Schlüssel hier. Du kannst in die Halle von der Seite gehen, aber... Hm. Du kannst in die Halle von der Seite gehen. Das ist noch nicht so gut. Das ist noch nicht so gut. Das ist noch nicht so gut. Und der in die Halle von der Seite gehen. Das ist noch nicht so gut. Ich habe die Halle von der Seite gebraucht. Ich bin nicht so gut. Aber ich bin nicht so gut. Ich habe die Halle von der Seite gehen. Es ist da unten, aber nicht Es ist mir jetzt nicht egal Ich muss nach oben suchen, dass das Tor auf geht Ah, nein, wir sind nur auf der Fall südlich Haha Das Problem Signora's not going to tolerate this kind of interference in our affairs So I'll be the one to take care of you, save her the trouble of having to deal with you herself Leaving so soon No escape Huh 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 Hmm Leaving so soon Huh 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 Have Fähre dich selbst! Du kannst nicht weg von dem Tod. Endlich, der Läuer ist zurück in Sicherheit! Wo war dieser Mann? Er war hier ein paar Sekunden. mit der Maske ja ja Ich habe das schon mal geholfen. Ich habe das schon mal geholfen. Ich habe das schon mal geholfen. Ich sch route dir etwas ab. Ich schraube dich mal. Ich schraube dir bei uns. Ich schraube dir das nicht! Ich schraube dir das nicht! Ich schraube dir die Sache mal. Was ist das? Was ist das wohl so? Ah, das ist der Heilige Leier. Du hast es geschafft, den Blumen der Flögel auf dem Rosewood gefühlt. Und die String still fühlt sich cool zu dem Touch, auch. Ah, die Erinnerungen. Was denkst du, Venti? Kannst du Dvalin summoner Dvalin? Hmm, although this Liar is the real thing, I doubt that, as you can see, the Liar has been through a thousand years of history. In this condition, you couldn't play music fit for even Diluc's tavern with it. Bards fight to get on this stage of my tavern. Don't make assumptions. Is that really important right now, Master Diluc? And you! Did you just borrow the Holy Liar to play music for drunkards to hear? What do you mean? Anyway, we won't be able to call Dvalin with it. The Liar itself is fine, but the strings... You're up, Outlander. You're up, Outlander. Relax, it's not broken. It's just that the intensity of its animal power has greatly diminished. Do you still have Dvalin's Teardrop crystal with you? Great! Try to use it on the Holy Liar! Das ist ein kleines Erwerb. Arbeit wie erwartet. Das ist ein kleines Erwerb. Sie zu viel zu lieben? Ich bin der holy Leier. Wir haben die kristallische Kriztal für unsere Freundschaft, der holy Leier nicht weitergehen kann. Oh That said its power is far from replenished it'd be great if we could get more tears I can surmise that Dvalin will already be crying Suffering alone in some deserted place Poor baby This is not something that an honorary knight can accomplish alone I will mobilize the rest When you get the teardrop crystal, please let our honorary knight perform the purification process Heroes supporting each other and setting out on a journey together How exciting! Let me come up with a song for you Is that all you're going to do? Just sing? Wouldn't be much of a bard if I didn't, now would I? You're so cheeky You deserve an ugly nickname Oh, Paima knows From now on you'll be known as Tone Deaf Bard I'm going to be able to show you some music I don't know I don't know This search reminds me of a feud I once had with the Fatui Six months ago a thief stole treasure from the East Temple of the Four Winds Woah, what was it? A cup used by Barbados? No Although if such a thing existed, it would be very valuable Among all the relics they managed to dig up, one particular object was very rare It was a vial which contained the Anemo God's breath Relics come in every shape and form, huh? Anyone with an eye for fine art would like to add this relic to their collection Once word got out, the Fatui started trying to seek it out as well They've made tons of counterfeits that can be found everywhere In response, I just bought everyone I could find irrespective of its authenticity We're still at it now I've bought more than 2,000 fakes to date And the Fatui are yet to find the real one Woah, you guys are insane So it means the real one must be out there somewhere on the black market, right? Hmm, Paimon will give you a discount on them if she finds any Cause Paimon's just great like that Sure, you can try to find the real one I'll take what you find, even if they're fake Once you're done, find me at the winery I'll trade you a beer for every 20 you find Hmm Perfect Start today Can you see how far it's gonna be? Just pay for sure Can you see how the food is been done? Just pay for sure A quite a few minutes You can watch the food Just pay for sure Now we need to put the food in the room You don't need to be done You don't need a drink Oh, der... So... Ähm... Spann ich mal auf die Kante. Tempa, der tausend Winde... Ähm... Ja, damit wir den nutzen können. Und... Und... Tempa, der tausend Winde... Ähm... 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 Verkommen. Und... Das ist ein Verletziger. Ich glaube, das ist ein Wettbewerb. Die Gegend hier ist natürlich nicht ganz optimal um drinnen herum zu kämpfen wach aha es war es ist es ist es ist es ist es Was für mich? Moment? Unwenden? Okay Dodge this Freeze Don't get frostbite, cool it Ah 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 Freeze Don't push your luck Ah Ah Don't push your luck What's the hurt? Ah 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 Oh, so sorry. Freeze! What's the hurt? 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Das war's für heute. Ah? Da hätte ich noch einen Punkt gehabt. Das ist sicher, dass es hier kommt. Nein, jetzt kommt es nicht. Also Teleportationspunkt verschwindet schon mal. Das muss man jetzt nicht. Ich habe das hier in der Hand. Ich habe das hier in der Hand. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ich habe noch etwas Lust. Ich habe noch einen Garten. Sie haben noch einen Garten. Ich bin sehr glücklich. Ich bin sehr glücklich. Ich habe noch einen Garten. Ich bin sehr glücklich. Why? Why no work? Ah, doch. Oh. Ah, you know, fast doch, ja. Ah. 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 Ditched. 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 Oh, 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 oh. Hey! Okay. So nice face to see. Ah, oh. I can't wait for the Stufe 18. Das war's für heute. 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 Ein Syriadin-Test. Das ist ein Syriadin-Test. Wenn der Fluch geht, dann muss ich mich doch mal mit. Das war's für heute. 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 Was ist das? 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 Du bist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist das? Oah, oder? M heads. Also, das ist eine gute Idee. Ich meine落te diete ab- cosa. Also, điều kommes hineingang crucif causing gods nachdem. Ja, ich denke ich bin jetzt einfach drumherum, wenn es zum Beispiel so auf der normalen Dämpft-Ding ist, dann bin ich trotzdem 7 Punk mehr oder so. Dann habe ich 10 Punk mehr, dann habe ich 10 Punk mehr. Ja, okay. Also, doch in diesem Fall ist das Ding unter anderem auch dazu, dass die Karte erscheinen zwar. Aktuell vorhanden 1. Okay, ich brauche aber 4, um mich jetzt irgendwie etwas zu machen. Das heißt, das bringt es vor allem keine Räder. Das ist ja nicht so. Das ist ja nicht so. Der Rest können wir jetzt via Teleportation nicht bewirken. So wäre es in einer Krise. Ähm... Es ist vorbei, das ist nicht möglich. Wir müssen jetzt alles darauf laufen. Vielleicht hast du es schon besser gesehen. Weiter oben, in der Mitte, in der Park. Jetzt kannst du dich hierher zu teleportieren und alles darüber zu laufen, statt hier alles darauf. Oh... Das wäre mir eine kleine Kaffee. Es ist einfach zu erstaunlich. Aber es wird auch nicht so schwer. Wir müssen die Kaffee nehmen. Wir müssen uns mal wieder aufsuchen. Jetzt können wir das mal wieder auf den Weg gehen. Wir müssen uns jetzt machen. Ja, das war's. Ich bin ein ganzes Kran. Es ist so ein Kran auf Geräte, es ist nur so, weil es sich jetzt so neu macht, es ist auch so, es ist 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 so, ich bin der malsch der malsch ich bin der malsch Ich hab dir gesagt, ich würde gewinnen. Jetzt fragt man, Tempel, Haus und Wind sind echt hier fast so durch, ich glaube, so kommt man nicht durch. Oh, okay. Oh, okay. Okay, okay. Rack. 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 Ja! Ja! Ah, das ist okay, ich kann so gut, ich kann so gut, ich kann so gut, ich kann so gut. Was ist das denn so, wenn ich das nicht so mache, dass ich nicht so mache? Ist das normal? Ich weiß nicht, dass wir uns spartieren. Aber nicht nur was da steht. Aber ich weiß nicht, dass wir uns da kommen. Ah, ist das sogar... Ich bin nicht auf die Zufälle gewöhnt, sondern tatsächlich von dem Sturmwind und dem Sturm... Monster umheu und Brachen sozusagen verursacht. Daran kommen jetzt eigentlich ein Samen, die eigentlich zehnmal mehr dabei ist. Und eine positive viel Kraft aus der Sicht der Leute respektive dazwischen... Ah ja, vielleicht sonst vielleicht... respektive die Leute Ich finde, wir eigentlich so etwas wie... die Windkraft für Monster eigentlich... äh... verrieren. Und entsprechend eigentlich... das die die der die die So, dass ich hier bin. Storisch jetzt halt so, dass man andere Schleppen gegeben hat. So, und ich wollte die Macht nehmen. Also, hab ich da, äh, drüte, wenn... Das sogar verzerrt mit Hand haben. Weil die Hinterkasse von denen hier steht, wegen der Drachen, der Besamtigen und der Zigaretter. Ich denke, die Königs von Fevonius haben auch eine Rolle gespielt. Oh, wir verstehen es, Master Diluc. Jeder, bitte aufzunehmen. Ich, der beste Wandering-Bard von der mortalen Welt, werde ich mit dem Heiligen Lüge beginnen. Du hast alles gesagt. Undone. Cannot be undone. Dann warum sehe ich Sade in deine Augen? Sade, die spricht von deinem Begegnung für diese Song. Wir, uh, kommunikieren. Huh? Nein, nicht mehr. Nein, nicht über ihn, liebe Dranon. Er hat dich selbst verletzt. Jetzt, er versucht, dich wieder zu verletzen. Schau, Begegnung. Deine Verletzung, Mondstadt, hat dich bereits zurückgezogen. Nein! Du, du warst das alles an, Dranon. Oh nein. Nein, hör auf mich! Die Zeit hat es geschafft, um den Tragen zu servem, der Schleimhastor. Während du bewerst deinen fanatischen Sound und die Welt zu sehen, die Welt zu verbreiten. Oh nein. Ja, das ist schon so problem. Ah, 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 ah. Unfortunately, I think it's beyond repair. You're right. If we don't fight the evil at its source, then we can't save Dvalon at all. In which case, I shall call upon Outrider Amber to track it down. No need. Why is that? I eradicated one not long ago, in one of the Four Winds' temples. What? When? If you want to track those monsters down, then I'll seek answers for my contacts. I've got other means for getting- Oh, Diluc. Though he dislikes the Knights of Favonius, he protects Mondstadt and his- Oh? Why does our little Paimon sound so doting all of a sudden? Wait for my word. I'll be sure to let the Abyss Order know that their blatant disregard for Mondstadt will not go unpunished. Hmm. 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 Ihr Hines, Ihr humble servant returns. When your homeland returns to this world, we shall rebel in its glory. You will never die. I will never die! I will never die. Genau. So, bis es jetzt wieder geht, das ist for another time.